Geheimtipp, wenn Sie mehr erfahren wollen über Medizin, dann einfach bei Wikisana reinschauen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute habe ich wieder einen Gast, da mit dem kann man auch richtig schön lachen. Aber wir haben als Thema eine Fortsetzung zur Einführung in den Bereich Islam, Mohammed, Islamismus, Sufismus. Ich möchte hier ein bisschen mehr die Brücken bauen zwischen anderen Sichtweisen und dieser Sichtweise, wo man sieht, wo ist eigentlich das alles gleich und wo ist der Ursprung und, und, und. Ich möchte hier einfach ein bisschen mehr lernen und erfahren und Sie mit auf eine Reise nehmen. Nach dem Intro stelle ich Ihnen meinen Gast vor und dann legen wir los. Bis gleich. Ja, sind wir wieder. Jetzt darf er Ihnen meinen Gast auch zeigen. Hüseyin Haibad ist da. Ganz herzlich willkommen, liebe Hüseyin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unsere nächste halbe Stunde. Ja, ich auch. Gemeinsame Reise, die wir machen werden. Ja, ich habe keine einzige Frage vorbereitet. Aber wir haben letztes Mal geendet, indem ich gesagt habe, wer ist eigentlich bei euch der Religionsführer? Ja, bei uns ist es ja, wir haben den Pfarrer, wir haben Priester, ich glaube, das ist katholisch, und der Pfarrer ist reformiert. Du, nichts, danke. So habe ich das auch gemacht. Super. Dann haben wir irgendwo ganz oben mal den Papst, oder? Wie sieht das dann bei euch aus? Jetzt sage ich einfach euch. Im Islam gibt es keine Hierarchien. Islam. Was ist der Unterschied zwischen Islam und Muslim? Muslim sind die Bürger und Islam ist die Religion, oder? Also, beide Wörter haben die gleiche Wurzel. Selam, was Frieden bedeutet. Also, Muslim ist jemand, der in Frieden ist, und Islam ist der Frieden. Islam hat auch noch eine weitere Bedeutung, die gerne übersetzt wird als sich unterwerfen oder sich hingeben. Deswegen, ich nehme die andere Bedeutung gerne als Hingabe voller Liebe. Islam bedeutet Hingabe. Hingabe. Aber es ist so schön. Ja, und die Wurzel von Hingabe und Frieden ist, wie gesagt, im Arabischen die gleiche. Und der Muslim ist somit jemand, der sich voller Liebe hingibt, hingibt an Gott, und in dieser Liebe, in dieser Hingabe zu Gott einen inneren Frieden erfährt. Und erfüllt. Also, der Koran spricht hier von dem Menschen, der Mutmain ist. Mutmain heißt, der Mensch, der Frieden gefunden hat, der in sich ruht, der zufrieden ist, der glücklich ist, zum Glück gefunden hat. Das gibt es ja nicht. Weisst du, wie wir als ungebildete Menschen mit dem Wort Islam eine Assertion haben und auch zum Wort Muslim eine Assertion haben, die 180 Grad anders ist als Hingabe und sich hingeben voller Liebe in Kontrast stellt. Also völlig falsch. Ja, es gibt auch eine gegenseitige Geschichte, die ja viele dieser Vorurteile dann eben auch gebraucht hat, damit man entsprechende Konflikte zwischen den Menschen schüren kann. Es ist ja schwierig, jemandem zu sagen, geh nach Jerusalem, befreie es, wenn man sagt, da leben Leute, Menschen, die voller Hingabe sind. Ja, stimmt, da sind wir die Kreuzzüge. Richtig. Und in der Geschichte des Islams gibt es natürlich auch ähnliche Parallelen. Da sind dann wieder, ich nenne es einmal menschliche Schwächen, das sind die menschlichen Punkte, an denen der Mensch sich entwickeln muss, um über diese Dinge hinaus zu kommen. Also wenn man alles den Machtgierigen, Machthungrigen überlässt, dann passieren eben solche Entwicklungen. Ich habe schon wieder zwei neue Fragen, aber bleiben wir bei der alten Frage. Pfarrer, Priebst, der Papst. Also der Islam kennt keine Hierarchien, all diese Funktionen gibt es im Islam nicht. Der Islam stellt die Beziehung des Menschen zu Gott in den Mittelpunkt, und zwar die direkte Beziehung. Also es gibt auch in diesem Sinne keine Beichte, durch die man eine Vergebung erfahren könnte. Es gibt die direkte Beziehung zu Gott. Wenn man um Vergebung bittet, richtet man sich direkt an Gott. Und diese direkte Beziehung zu Gott steht immer im Mittelpunkt. Aber die steht ja unserer christlichen Rechtweise ja weit voraus. Also das ist ja viel fortschrittlicher, was wir noch gelernt haben dazu. Mag ich nicht beurteilen, mag vielleicht so sein, aber im Islam ist das so. Jetzt gibt es aber die Menschen, viel wenigsten Menschen, tun sich einfach damit oder tun sich leicht damit, diese direkte Beziehung zu Gott herzustellen. Und über die Zeit haben sich dort auch im Islam, in den verschiedenen Richtungen des Islams, Funktionen herausgearbeitet. Also der Imam ist ursprünglich jemand, der zum Beispiel im gemeinsamen Gebet einfach das gemeinsame Gebet leitet. Und das ist, wenn vier Muslime zusammenkommen, um zu beten, dann entscheiden die untereinander, wer der Imam ist. Meistens ist es derjenige, der entweder älter ist oder den Koran besser kennt, dass er dann sagt, ich leite jetzt mit uns gemeinsam das Gebet, dann ist das der Imam. Inzwischen hat sich natürlich auch der Imam als Beruf heraus etabliert. Das ist aber eine Geschichte, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat, dass sich solche Funktionen entwickelt haben. Aber diese streng hierarchische, also auch der Imam heute mit all seinen geschichtlichen Entwicklungen hat nicht die Funktion eines Priesters. Also der Imam segnet niemanden oder nichts. Das sind zum Beispiel solche Unterschiede. Der Imam sagt hier nicht, was zu tun muss, um Vergebung zu erfahren, im Sinne einer Beiste, bete so und so viel Ave Maria. Und all das hat ja auch so eine psychologischen Vorteile, Nachteile, brauchen wir jetzt hier vielleicht nicht zu diskutieren. Aber der Islam ist eine sehr unhierarchische Religion. Und dadurch ist es auch immer sehr schwierig zu reden. Also wenn wir jetzt den Islam auf die Religion einengen, man kann auch vom Islam als etwas Universelles reden. Denn jeder Mensch, der in sich nach Frieden sucht, ist dann nach dieser Definition ein Muslim, jemanden, der nach diesem Frieden sucht. Aber wenn wir es jetzt wirklich in diesem eingeschränkten Sinne, das Wort verwenden, dann könnte man auch sagen, dass die Muslime ein ziemlich anarchistischer Haufen sind. Und dadurch fällt es auch den Regierungen, insbesondere in Europa, sehr schwierig zu sagen, wer vertritt jetzt eigentlich die Muslime in Deutschland oder in der Schweiz? Denn diesen Vertreter gibt es nicht. Es gibt zwar Verbände, aber die Verbände vertreten, glaube ich, nur einen relativ geringen Prozentsatz der Muslime. Die meisten Muslime, also auch ich, gehören keinem islamischen Verband an oder einem Verein an, da wieder einem Verband angehört. Und dadurch ist es eine ziemlich unhierarchische Gemeinschaft. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr liebe am Islam, dass es eben diese Autoritätspersonen gar nicht gibt. Und damit jeder Muslim, jeder Mensch angehalten ist, sich mit den Thematiken selber auch auseinanderzusetzen und sich selber auch in die Thematiken zu vertiefen und auch ein eigenes Verständnis zu entwickeln. Auch das ist für mich die Zukunft ja letztendlich, dass eigentlich alles in uns drinsteckt. Wir brauchen niemanden, der uns sagt, wie was, wo wir müssen selbst so sein. Und sein und nicht schein. Ja, also das ist, glaube ich, eines der Keywörter der Zukunft für den religiösen Menschen zu sein und nicht zu scheinen und auch nicht zu sein und nicht nur zu wissen. Also das Wissen über etwas ist eines. Das Sein ist doch etwas ganz anderes. Und wir wissen vieles. Aber bei dem Sein da hakt es dann manchmal. Und wenn das Sein nicht da ist, dann... Ja, ja. Im falschen Kontext kann es dann eben zu all den Problemen führen, die wir schon besprochen haben. Aber ihr habt ja auch Kirchen. Das heißt, die Kirche heißen, glaube ich, der Moscheen. Und in der Moschee ist da irgendjemand vorne, der eine Predigt macht? Oder ist das einfach ein gemeinsames Zusammensetzen, gemeinsames Beten? Also in jeder Moschee in der heutigen Zeit gibt es auch einen Imam, der, wie gesagt, was aber eine Entwicklung ist der Zeit. Eine Moschee ist eigentlich ein Ort der Zusammenkunft. Die Gemeindezusammenkunft kommt miteinander, um miteinander zu beten, aber auch um miteinander zu reden, wo man sich auch miteinander austauscht, auch sich die Sorgen, die man hat, von der Seele redet mit anderen Menschen. Also es ist eigentlich ein Ort der Zusammenkunft. Und klassisch war es dann eben so, dass wenn man dann zusammengekommen ist und man sich zum Gebet hingestellt hat, dass man miteinander gebetet hat und über die Zeit hat sich das dann eben entwickelt, dass man gesagt hat, naja, aber du hast dich schon so weit in die Materie vertieft, dann leidest du durch das immer wieder das Gebet und einfach auch das menschliche Bedürfnis nach einer Persönlichkeit zu sagen, ich verstehe das nicht, mit wem kann ich darüber reden? Also rede ich mit jemandem darüber, der sich in der Materie eingearbeitet hat, der ist vielleicht in der Lage ist, mir das eine oder andere auch auszulegen? Und so hat sich dann die Funktion des Imams, so wie er heute ist, entwickelt. Trotzdem ist es aber so, dass der Imam nicht immer da ist in einer Moschee, macht ja auch mal Urlaub, ist auch mal weg oder hat gerade was zu erledigen zur Gebetszeit. Ich habe das schon sehr häufig erlebt, dass dann irgendjemand aus der Gemeinde dann eben da die Funktion des Imams ausgeübt hat in einer Moschee. Also dieses Unhierarchische mit allen Versuchen und gewisse Hierarchie einzuführen, die wieder organisatorische Gründe hat. Also wenn Religionsinstitutionen und dann Institutionen brauchen immer eine Art von Hierarchie, jemanden, der Sachen organisiert und so weiter. Aber im Islam ist tatsächlich immer wieder so, dass all diese Hierarchien, die sich über die Geschichte entwickelt haben oder über die Notwendigkeit entwickelt haben, immer wieder durchbrochen werden, wenn man plötzlich merkt, Mensch, da steht jetzt irgendeiner davor und leitet dann gerade das Gebet. Und das ist etwas, was ich so faszinierend finde. Aber es macht es anderen, die mit den Muslimen, an die Lob führen wollen, sehr schwierig, weil eigentlich jeder Muslim immer nur für sich selbst reden kann und nicht für die gesamte Gemeinschaft. So spannend. Ja. Was ist denn mit dem Beten? Teppich auslegen und Richtung Norden oder Süden oder Westen, ich weiss gar nicht, in welche Richtung wird gebetet. Osten, nach Osten wird gebetet, oder? Stimmt's? Was wird in Richtung Mekka gebetet? Ursprünglich war das in Richtung Jerusalem und später hat es sich dann geändert und man hat dann wieder in Richtung Mekka gebetet. Das hat eigentlich eine sehr symbolische Bedeutung, da man sagt, es gibt einen bestimmten Ort, auf das man sich ausrichtet. Also ich gehe ins Gebet, ich gehe in einen Dialog mit Gott. Was ist die Bedeutung von Gebet? Ich gehe in einen Dialog mit Gott. Ich vergesse für einen Moment alles, was mich beschäftigt, alle meine Sorgen und trete ein in einen Raum zwischen Gott und mir, in einen Dialog. Das kann darüber hinausgehen, dass das Ich-Bewusstsein in den Hintergrund rückt und es nur noch Gott gibt. Das wäre dann die mystische Erfahrung. Aber bleiben wir erst aber die religiösen Erfahrung eines Dialogs, einer Dualität zwischen Gott und mir, aber wo ich alles hinter mich lassen kann und ich gehe in einen Dialog mit Gott und dabei richte ich mich innerlich aus und hier steht dann eben die Kaaba, also ein uralter Stein, der in Mekka steht, ist. Ich richte mich darauf erst einmal äußerlich aus und das hat aber zufolge auch eine inneren Ausrichtung. Ich richte mich ganz auf Gott aus, fokussiere mich ganz auf Gott. Ich vergesse alles andere, fokussiere mich ganz auf Gott. Und da gibt es dann die Mystiker, die sagen, und was ist, wenn du in der Kaaba bist, also in diesem Stein bist, was ist dann die richtige Gebetsrichtung? Dann werden plötzlich alle Richtungen zum richtigen Gebetsrichtung. Was dann also bedeutet, dass wenn man an diesen Kern, an den Ursprung, wenn man an die Source kommt, also wenn man an die Quelle kommt der Inspiration, dann hören alle Ausrichtungen auf, dann sind alle Richtungen plötzlich die richtigen. Aber es fängt damit an, dass man sich erst einmal auf Gott ausrichtet, in den Dialog mit Gott eintritt, damit man in diese Liebe eintreten kann. Und wenn man in dieser Liebe erst einmal drin ist, Liebe kennt keine Richtung. Liebe kennt auch keine Ausgrenzung. Da gibt es in der Bibel das Hohelied der Liebe, was eine wunderschöne, ein wunderschönes Liebesgedicht, nur wenn es Liebe ist, wenn man so will. Und da gibt es all diese Ausgrenzungen nicht. Aber am Anfang steht erst einmal, dass sich darauf ausrichten, damit man in diese Liebe eintauchen kann. Und ist man erst einmal da drin, so da könnte man auch sagen, da gibt es keine Religiosität mehr, da braucht es keine Meditation mehr, weil Liebe ist all das. Da gibt es keine Geistigkeit mehr, dann in Liebe gibt es nur noch die Liebe. Und alles andere. Kein Gegenteil davon. Kein Gegenteil davon. Und alles, was man eigentlich tut, ist nur sich darauf auszurichten, in diese Erfahrung treten zu können. Also wir hatten in der letzten Sendung darüber geredet, über diesen Kelch geredet, mit dem Nektar darin. Und wer davon gekostet hat, kennt den Inhalt, kennt den Geschmack und braucht sich nicht mehr über den Kelch zu streiten. Und der gleiche Autor im gleichen Buch, ich glaube, das ist ein Kapitel vorher oder nachher, redet er darüber, dass es wichtig ist, zu unterscheiden zwischen Handlungen, die man macht, und dem, auf was sie abziehen. Und er sagt dann, das Einzige, auf das es ankommt, ist, dass der Mensch sich verändert, dass der Mensch sich entwickelt. Das heißt, dass man das Herz kultiviert, damit man von Kopf bis Fuß und darüber hinaus in die Liebe eintauchen kann und zur Liebe werden kann. Und alles andere, wie Gebet, Meditation, sind Mittel zum Fasten, sind Mittel, die einem dabei helfen können, diese Entwicklung zu machen. Aber es ist nicht das, um was es ankommt. Das, was wirklich wichtig ist, um was es geht, ist diese Veränderung in sich anzustoßen und sich auf diese Reise einzulassen. Das ist so schön und so weise. Oh Gott, oh Gott. Und trotzdem sehe ich hier immer wieder Leute, ich glaube, alle drei Stunden liegen sie am Boden und beten. Ja. Ist das irgendwie so vorgeschrieben im Koran oder von Mohammed gesagt, du musst alle drei Stunden nach ihm beten, um deine Ausrichtung zu finden? Das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist nicht drei Stunden, sondern es sind fünf Tageszeiten, die sich am Stand der Sonne orientieren. Es ist also ein mit der Natur verbunden sein. Es geht mit der Natur. Auch der islamische Kalender ist ein Mondkalender, wo auch der Mond eine Rolle spielt. Also es geht sehr darum, mit der Natur verbunden zu sein, in der Natur, durch die Natur, zu seinen Gebetszeiten zu finden, zu den Momenten zu finden, in denen man sich aus dem Alltag heraustritt und sich sozusagen innerlich reinigt und dann mit diesem Bewusstsein auch wieder in den Alltag eintritt. Darüber werden wir, glaube ich, in einer der nächsten Sendungen auch ein bisschen tiefer reden. Aber das ist eine der Ideen davon. Ich hatte vorhin gesagt, etwas zu wissen und etwas zu sein, sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Also zu wissen, dass es darum geht, dass das so der Kern ist. Ich trete in meinem Alltag in Verbindung mit Gott und trete wieder in den Alltag mit dieser Erfahrung hinein, ist etwas ganz anderes wie das Sein. Wenn es so einfach wäre, dass alle Muslime in diesem Sein leben würden, dann wäre die Welt, glaube ich, ein sehr, sehr friedvoller Ort und wir wissen, um all die Konflikte, die es gibt, also gibt es wohl einen Unterschied zwischen etwas zu wissen und etwas zu glauben und sich die Mühe zu machen und sich die Disziplin aufzulegen. Das ist erstaunlich auch. Ja, ich habe so einen, der Freund meiner Tochter ist aus Syrien und der steht wirklich im Mitte in der Nacht auf fürs Gebet. Und ich meine, das braucht ja unfassbar viel Überwindung, Wecker zu stellen, aufstehen, machen und wieder ins Bett gehen. Also der lebt das, das ist ernst, das ist Kultur, seine Geschichte. Und für uns sehr schwer zu fassen, dass er sich extra quält, den dann auch da aufzustellen. Aber es ist viel kein Treibnis. Ja, wenn man sich mit der christlichen Geschichte beschäftigt, dann ist es nicht mehr so unfassbar oder so schwierig zu verstehen, denn da gibt es durchaus auch Parallelen, gerade in den frühchristlichen, jüdisch-christlichen Gemeinschaften, die auch fünfmaliges Beten hatten. Es gibt Theorien darüber, ob der Islam sich vielleicht nicht sogar daran inspiriert hat, an diesen fünf Tageszeiten der frühjüdisch-christlichen Gemeinschaften, um das zu übernehmen. Denn du hast mich gefragt gehabt, ob das im Koran so drinsteht. Und der Koran hat zwar Zeit, also es wird zwar darüber geredet und betet zu Gott und betet zu Gott beim Sonnenaufgang, also zu bestimmten Sonnenständen. Aber fünfmaliges Gebet aus dem Koran heraus zu lesen, ist relativ schwierig. Also Menschen, die das versucht haben, sind dann darauf gekommen, dass man dreimalig was aus dem Koran herauslesen kann. Und der Koran ist auch nicht so eindeutig darin, wie man zu Gott beten soll. Also das islamische Gebet hat bestimmte Gebärden, bestimmte Gebetsformen, die auf den Propheten zurückgehen, weil er so gebetet hat, beten Muslime heute so. Aber der Koran selber ist, was die Form des Gebets angeht, sehr zurückhaltend. Und ich denke, das ist mit Absicht so. Da es sehr viele Formen und viele Wege gibt, in Kontakt, in Dialog mit Gott zu treten. Auf was der Koran uns immer wieder nur Aufmerksamkeit macht, ist, dass es eine Notwendigkeit gibt, dies zu tun und auch mehrmals zu tun, also es zu wiederholen. Nicht einmal die Woche, sondern mehrmals am Tag. Es wird uns allen gut tun, letztendlich. Einfach mal in der Ruhe durchatmen. die Bedeutung, die wahre Bedeutung des Lebens wieder mal zu verinnerlichen, damit man eigentlich von diesem Getrubel rundherum wieder mal ein bisschen Abstand kriegt. Also, es ist so weise. Einfach so weise. Du hast aber heute noch Mekka und Jerusalem genannt. Und erstens, wo ist Mekka und warum betet man zu Mekka? Verstehe ich nicht. Und warum hat man früher zu Jerusalem gebetet? Jerusalem ist ja eigentlich mehr jüdisch orientiert, wo ist die Verbindung vom Judaismus zu Islam? Also, der Koran und auch Reumet haben nie unterschieden zwischen, das ist die eine Religion und das ist eine andere Religion. Und das koranische Wort für Religion heißt den. Und den, wörtlich übersetzt, heißt nicht Religion, also kommt nicht auf die Bedeutung des Religio, sondern übersetzt bedeutet das eigentlich Weltanschauung und wie man lebt, die Lebensweise. Die Art und Weise, wie man auf die Welt anschaut, wie man aufs Leben guckt und wie man lebt, wie man sich verhält. Und der Prophet hat seine Botschaft nie getrennt gesehen von dem, was andere gesagt haben. Also er hat sich nie differenziert und gesagt, und die Juden, das ist was anderes und die Christen, das ist was komplett anderes und ich bringe jetzt was komplett Neues. Er hat zwar bestimmte Kritiken geäußert an bestimmten Ausrichtungen, hat zum Beispiel, der Koran kritisiert zum Beispiel den Gedanken von einem ausgewählten Volk, das nur einer bestimmten Gruppe vorbehalten ist und von dem andere komplett ausgestoßen ist. Oder hat eben auch kritisiert, dass man sagt, Jesus als Sohn Gottes und zwar als alleiniger Sohn Gottes, wenn man so will, denn der Koran redet von der Seele als der Atemhauch Gottes. Also hat jeder Mensch in sich diese Göttlichkeit. Das sind so Punkte, wo der Koran vorsichtig, man muss wirklich sagen, vorsichtige Kritik anbringt, denn der Koran macht auch sehr klar, diskutierst du über Religion mit anderen Menschen, egal jetzt ob innerhalb der eigenen oder eigenen Glaubensvorstellungen oder mit anderen Glaubensvorstellungen. Tu es auf die schönste Art und Weise. Also auf eine respektvolle, liebevolle Art. Und das macht das Motto, und jetzt zeige ich dir mal, das ist hier richtig. Also das ist nicht die koranische Einstellung dazu. Und daher tun sich Muslime überhaupt nicht schwer damit, bei anderen Religionen oder auch bei anderen Philosophien. Und ich denke, wir wollen mehr über den Sophismus reden. Da gibt es sehr viele Elemente der griechischen Philosophie. Die Muslime im Mittelalter waren sehr viel lieb in die griechische Philosophie. Und über die Muslime ist ja auch viel griechische Philosophie nach Europa wieder zurückgegangen, damals über das spanische Cordoba. Thomas von Aquin hat da zum Beispiel studiert in der großen Moschee von Cordoba. Da haben sich Muslime nicht schwer getan, weil schon der Prophet selbst gesagt hat, super das Wissen, selbst wenn es in China ist. Also hat quasi die Gläubigen dazu im Mund hat, nimm alles, was dich inspiriert, alles, was dein Verständnis vertieft. Nimm es, denn es ist für dich. Du musst es nicht ausschließen. Schließ es ein. Und daher ist eigentlich der Koran eine sehr inklusivistische Betrachtungsweise. Und daher ist es auch überhaupt kein Problem, in Richtung Jerusalem zu beten. Und das hatte damals historisch den Grund gehabt, dass es in Mekka viele Götzenbilder gab. Und diese Götzenbilder waren nicht nur die Götzenbilder, die es dort gab, sondern sie waren auch verbunden mit einer bestimmten Art und Weise, auf die Gesellschaft zu schauen, in der Frauen zum Beispiel keinerlei Wert hatten, in der der Starke derjenige war, der das Sagen hatte, in der also die soziale Zusammenhalt, in der Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, in der Gleichberechtigung keinerlei Wert hatte. Und das wurde damit identifiziert und der Prophet hat damals gesagt, in diese Richtung wollen wir uns nicht richten in unserem Gebet. Wir gehen dann in Richtung Jerusalem. Und später hat sich das dann verändert. Es wurde wieder Richtung Mekka gebetet, weil man dann gesagt hat, und jetzt haben wir uns davon befreit und können wieder Gott anbeten, so wie es sich gehört. Denn Mekka, so von der Geschichte her, ob das jetzt historisch belegbar ist, vermute ich mal nicht, aber wie es von der Übertragung her ist, ist der heilige Stein in Mekka ist ein Stein, den Abraham dort hingesetzt hat. Und auf ihn gehen wir die abrahamitischen Religionen zurück. Und daher hat es auch etwas von, wir besinnen uns wieder auf einen gewissen Ursprung. Also hat auch wieder eine symbolische Bedeutung, dass man sagt, wir gehen zurück auf den Ursprung. Nicht nur auf Jerusalem, sondern wir gehen auf den Ursprung. Wir gehen auf Abraham zurück und über Abraham eigentlich auch wieder bis nach Adam zurück. Dass man merkt, dass man eigentlich in einem Strom der Inspiration ist. Stell dir aber die Frage, um welchem Land ist Mekka? Das ist in Saudi-Arabien, im heutigen Saudi-Arabien. Und hat man jetzt um diesen sogenannten Stein eine Moschee gebaut? Ja, da steht ein riesiges Gebilde. Also da ist die Kaaba. Man hat diesen Stein, um diesen Stein herum, hat man zunächst einmal in Gebäude gestellt, in denen dieser Stein eben geschützt, in einem geschützten Raum ist. Und es ist heute ein riesiger Pilgerort. Ich war zwar noch nie dort, aber es ist ein riesiger Pilgerort und die Moschee, die da steht, die ist mehrstöckig. Da kommen jedes Jahr Millionen von Muslimen. Jaja, man hört ja alles. Aber letztendlich Hören und Wissen sind eben andere Dinge, oder? Und jetzt hört man auch die Geschichte und die Bedeutung dahinter, wie alles so schön ineinander einfließt. Was wir Christen immer hören oder meinen, die Frauen haben keine Rechte im Islam. Und von dir höre ich jetzt eigentlich seit Beginn an, dass der Mohammed sich dafür eingesetzt hat, dass das anders ist. Es ist anders, oder? Als wir glauben, oder? Es ist anders und vielleicht auch nicht so anders. Kommt oft die Betrachtungsweise an. Also, wenn man das, was damals eingeführt worden ist mit dem Vergleich, was wir heute unter Gleichberechtigung verstehen, insbesondere das, was wir vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren darunter verstehen, dann merkt man schon einen Unterschied. Ich würde nur dazu einladen, einmal kurz darüber nachzusehen, wann Frauenwahlrecht eingeführt worden ist, wann Frauenerbrecht eingeführt worden ist und seit wann in Europa eine Frau arbeiten gehen darf, ohne die Erlaubnis ihres Mannes. Wer frei von Schuld ist, wer auf den ersten Stein. Also, mir geht es nur darum, um das auch ein bisschen geschichtlich auch alles einordnen zu können. Also, wir reden, wenn wir über diese Themen gucken, gucken wir nicht so lange. Also, da gucken wir auf die letzten 100 Jahre, je nachdem, welche der Thematiken. Manche davon sind in der Mitte des 20. Jahrhunderts erst passiert, nicht wahr? Und hier reden wir über etwas, wir reden hier plötzlich über das 6., 7. Jahrhundert, in dem sich diese Dinge entwickelt haben. Wenn man das sich in Gedächtnis ruft, dann können wir schon sehen, dass da eine Revolution stattgefunden hat, zumindest für die damalige Zeit und die damalige Gesellschaft. Wenn man sich die Frage stellt, was haben Muslime daraus gemacht, kommt man vielleicht zu anderen Schlüssen. Also, eigentlich hätten es Muslime sein müssen, die die Frauenrechte, wie wir sie heute kennen, hätten entwickelt haben müssen, weil sie hatten ja die Grundsteine dazu, waren sie aber nicht. Und da hier sehen wir auch bestimmte Entwicklungen, die kann man auch geschichtlich sich angucken, wo sich patriarchalische Strukturen wieder entwickelt haben und die Rechte der Frauen auch ein Stückchen weit wieder beschnitten worden sind, soweit das dann eben möglich war. Wir sehen das plötzlich früher in Universitäten, also in Universitäten früher waren auch immer religiöse Apidemien, also das wurde ja alles nicht voneinander getrennt. Wir kennen das ja auch, eine Universalgelehrte, der Mathematiker, war auch Mystiker, war gleichzeitig auch Chemiker oder auch Pfarrer. Kennen wir auch hier, Leibniz zum Beispiel, ist das auch ein Beispiel. War dort natürlich auch so und da gab es, und man weiß das heute, aus den damaligen Schriftstücken, gab es viele Frauen an den Universitäten, die gelehrt haben. Und zu den Zeiten, als die Mongolen ein Stürmer waren, zu Zeiten der Kreuzzüge, hat sich so viel in dem Raum geändert, dass dann plötzlich eigentlich die Frauen nicht mehr dort vertreten waren. Es wurde dann zur Entwicklung ungefähr, und schlage mich hier bitte nicht tot, wenn ich jetzt die Jahreszahlen nicht ganz genau im Kopf habe, also ungefähr im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert können wir sehen, dass da viele Veränderungen stattgefunden haben, sich die Gesellschaft stärker patriarchalisiert hat. Auch unter dem Einfluss der Unsicherheiten der Zeit. Also wir reden zwar viel über die Kreuzzüge und was dort alles an Grauen geschehen ist, das ist aber nichts im Vergleich zu den Mongolenstürmen, die damals stattgefunden haben. Und auch von den geografischen Auswirkungen her haben die Mongolen sich sehr viel stärker ausgebreitet. Also die Kreuzzüge haben sich auf einen relativ kleinen Raum des islamischen Raums ausgewirkt, währenddessen die Mongolenstürme sich auf einen viel größeren Raum ausgewirkt haben. Karin Armstrong hat eine kleine Geschichte des Islams geschrieben, in der sie das wieder sehr schön auch diese Thematik beleuchtet für diejenigen, die sich dafür interessieren. Wir können da gerne bei Karin Armstrong darüber nachlesen. Aber es sind geschichtliche Entwicklungen, die passiert sind. Und heutige Feministen in den islamischen Raum, die berufen sich sehr stark auf den Koran und sagen, hier, das ist unsere Quelle. Unsere Quelle ist nicht, was irgendwelche Amerikanerinnen oder Europäerinnen als Feminismus predigen. Unsere Quelle ist der Koran. Und daraus nehmen wir unsere Inspiration und kämpfen jetzt für unsere Rechte, die wir haben. Und es gibt auch bekannte islamische Theologen, die diese Frauen sehr darin bestärken und auch unterstützen und sagen, Recht haben sie. Wow. Und dann gibt es natürlich jene Kräfte, die dann sagen, Moment mal, das wollen wir nicht, weil da geht es wieder um Machtgeschüttel. Ja, wir müssen das gleiche Spielchen. Immer das gleiche Spielchen, genau. Wie bei uns. Aber bestimmte Entwicklungen, die werden sich wahrscheinlich unaufhaltsam entwickeln. Auf jeden Fall gibt es zurzeit eine sehr starke, sehr selbstbewusste Bewegung. Du äußerst die sich nicht immer in der Art und Weise, wie man das hier im Westen vielleicht sehen würde. Ich kenne zum Beispiel Frauen, die sagen, es ist mein Recht und ich trage jetzt mein Kopftuch. Und sie sehen das als eine Selbstbestimmung an. Das ist auch wieder ein Kopftuch. Ich schreibe mir das auch für die nächste Sendung, warum eigentlich, was soll das bedeuten und so weiter. Auch über die Kreuzzüge möchte ich noch dann später in der nächsten Sendung reden, weil es heisst immer, der Islam übernimmt die Welt. Das heisst, die Christen werden verdrängt, der Islam übernimmt alles. Hat es das früher schon gegeben, Kreuzzüge oder waren das nur die Christen oder hat es auch der Islamismus versucht irgendwie zu expandieren, Bekehrungen zu machen, das möchte ich alles auch mal in die dritte Sendung rüber schiften, weil die Zeit ist vorbei, es tut mir leid. So schnell. Ja. Usain Haibat, herzlichen Dank für dieses nette Gespräch, diese großartigen Aufklärung. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, was soll ich dazu sagen, alles, was ich höre, ist unfassbar schön. Eine tiefe innere Weisheit von Wahrheit, von Vertrauen, von Liebe zu Gottverbundenheit und egal aus welchem Kelch man trinkt, das ist immer der Nektar. Und was ich heute so gehört habe über Sufismus, Islam, Moslem und die Sinn und Zwecke dahinter und alles, was gesagt wurde, ist doch einfach purer Nektar. Und in diesem Sinne brauchen wir auch keine Angst zu haben vor irgendeiner anderen Glaubensrichtung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.